Ja, hallo und herzlich willkommen. So, nächste Session. Wir starten direkt durch. Moin Can. Hallo. Hast du deine Box noch oder was? Hm? Hast du deine Box noch? Nee. Wärme, was ist denn bei dir falsch gewickelt? Hatte ich irgendetwas? Die Brüder gehen nach Fairport zurück. Nicht ahnen, welche Albtraum sie erwartet. Albtraum sie erwartet. Ja, jetzt sind ja beide. Aber wir müssen leer sein, sonst hört man nicht, was die sagen. Abschnitt 5. Großen Arsch. Helikopter. So, wie spät jetzt? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Sag mal, wie fühltest du dich an, den eigenen Bruder zu töten? Gut. Mir hat es keinen Spaß gemacht. Nein, schlecht, schlecht. Ihr kam nie in den Sinn, Befehle zu hinterfragen, oder? Du hast ihm getan, was man von dir verlandte. Du hast mich getötet, Chris. Nein, das bin ich doch. Ja, das fass ich. Das fass. Gesichts kaputt. Hahaha. Gesichtsstörung. Erosion. Gesichtserosion. Okay, okay. Wie kann dir das für zu sich? Ich hätte die Welt tun. Kann dir auch. Oh, der ist wohl ein bisschen überlaufen worden. Du hast einen völligen Knall, wenn du noch Fairport zurück gehst. Dein Zoo. Wenn wir dich nicht erwischen, werden es diese Freaks tun. Ich glaube, ich kann nicht so ganz mit, äh, Ordnung gehen. Ne, das ist mir nicht klar. Und Aussagen und so. Das schätze ich auch mal. Oh. Du hast dich auch ganz schön ausgedehnt. Tut mir leid. War das dein EMP gerade, oder? Ja. Ich nehme das wieder in den Griff. Ich halte das Ruder fest und schüttel mal da unten rum. Ich mache nur ein paar Loopings. Das ist Kunstflug. Oh, meine Nase juckt kurz. Steck im Popo. Hä? Schwein. Kennst du Dirty Sanchez? Ne, du. Ja, ja. Alma? Mama! Das ist doch unsere Mama. Nein. Hä, das war doch... Ja, wie denn jetzt? Doch, war doch... Ja, doch, stimmt. Deine Mama war das. Unsere doch. Hä, stimmt. Wir sind Brüder. Ja, ja. Bruder, fahrs los. Fahrs los, Bratan. Das ist so gut einfach. Denk bitte dran an das Bratgewürz. Ja, Bratan. Ja, Bratan. Wie heißt das? Es gibt ja echt so... Ja, Bratan. Bratan. Ja, genau. Bratan. Aber du bist auch noch rumhocken, ne? Bruder! Hauptsache ich hab ja nur so ne güllige Pistole, ne? Hauptsache... Wo ist er immer? So, erstmal... Darauf auf den Schock, auf den Schock. Also Fanta. Darauf hast du ja gewartet, du Stückkacke. Ja, Mann. Ich wollte eh schon... Hä, du bist blau, du bist blau! Siehst du das? Wenn ich so mach, bist du blau, bisschen. Blau. Blau. Alter, das ist... Du guckst ja immer die andere Aufnahme an, siehst du das. Erstmal gerade Auskundschaften. Ob das über was geht. Auskundschaft... Einmal 4... 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 Mach das nochmal... So... Achja... Ja, mal und dann rechts... R2 oder... Ja, ich hab... Achja, jetzt weiß ich. Richtig. Ich glaub, man muss nur daneben stehen. Mann, das geht mir voll auf den Sack. Warte, man muss doch irgendwie... Ähm... Anzeige... Anstellungen... Gibt's da mal... Videoanstellungen... Dass sie mir anzeigen, dass ich mit Controller spiele. Ich hab recht... Das ist doch egal, oder was? Nee, das gibt mir auch einen Sack, wenn der immer CTRL... Ach so meinst du das? Nee, das gibt's nicht, glaube ich. Warum... Konfiguration des Controllers? Okay. Konfiguration, Controller, aktiviert... Ja... Vergiss es! Der zeigt entweder an... Dass du... Dings hast... Also das... Der zeigt ja entweder das Auto an. Das ist nicht so wie FIFA. Da habt ihr einmal was richtig gemacht. Ja... Kaum zu glauben, ne? Auch kaum zu glauben, dass sich das von Update zu Update nicht verändert. Tja... Das dann mal Y, mal A, mal B, oder so für Y... Komm, komm her! Scheiße, Mann! Was ist das denn wieder? Oh... Da ist Blut. Und da Rage... Ah! Rum! Was? Hey! Oh Mann, ey, Fritzi, komm her! Flitzi, Fritzi! Ich krieg dich und wenn ich nicht hab, dann geht die Puppeerze auseinander! Ey, das sind... Das weiß ich noch, die Viecher! Ja, schnack nicht rum, Alter, ich hab so schön Kacke an der... Weißt du, wenn ich... Wenn ich sterben machst du aber auch und mir kehrst du für mich an, ne? Ja, komm mit! Ja, du kennst den Weg wahrscheinlich, ne? Nein, aber... Sexy Arsch, man, siehst du, Bruder? Tote Arsch! Tote Arsch! Tote Arsch! Tote Arsch! Geh du vor! Oh, du wusstest es, ne? Nein, aber... Du bist so ne Sacklase! Nein, aber... Du bist so ne Arsch! Aber nachher, weißt du, wie oft das schon war, wo ich gesagt, du hast du gesehen, du so nö, weil ich vorgelaufen war. Entschuldigung. Ja, ja, klar, komm! Das schaut ja denn nicht für die Leute, das müssen ja Entertainment sein. Oh nein! Suche nach Offen. Ah, ah, ah! Ich bleu Epileptiker, ja, schau! Hey, komm! Du sollst vorgehen, verdammt! Da komm ich nicht durch! Mach mal auf! Okay, Bruder! Ja! Gib mir Waffe! Ich kann ja keine Waffe nehmen! Das wär immer toll, wenn ich auch Waffen nehmen könnte! Wie geht das jetzt? Wie kommt man hier durch? Wo durch? Hier! Ja, das geht nicht! Ist rot! Brot, rot, rot! Gib mir Brot, Brot! Warte mal! Probier mal irgendwas mit deinen Fähigkeiten zu machen! Lass mal ablesen! Hm, alle drei oder so? Vielleicht kann ich hier rein? Nee, ich brauch... Müssen wir auch hier... Warst du beim Backfum schon? Nee, hier rein! Kann man hier... Da ist er! 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 Komm her! Wo bist du? Ach du! Hey, nicht so schnell! Ja, wir müssen hier nochmal zurück! Wieso gehst du ins Mädchenclub? Weiß ich nicht! Ah, mein Schatten! Wo willst... Ja, immer auskommt Schatten! Ja, immer auskommt Schatten! Uhuhuhu! Ah ja, hier schießt der einer! Duuuhuuhu! Soll ich dir helfen? Ja, hier rechts! Ja, hier rechts! Ja, und du machst das! Hey, die sind Granaten! Ich darf die nicht aufnehmen! Ja, ich aber! Ja, deswegen! Komm her! Da! Wie er guckt! Hm! Hey, guck mal! Hier ist Pop-Art! Hier ist Street-Art! Street-Art, ja! Hier! Street-Art! Oh, guck mal! Geil, du kannst auch Street-Art! Mach mal was! Geil! Mach mal einen Penis! Leute? Ja, das ist ein Penis! Hahaha! Voll die Gurke, Alter! Mach auf die Tür! Komm hier! Mach auf die Tür! Da, exit! Die Tür wurde gerade zugemacht! Warum soll ich die Tür... Die Tür wurde gerade zugemacht! Wuhuuu! He? So! Kann ich hier irgendwas machen, blöd? Nein! Geh ab hier! Nimm mal deinen Schlauch mit! Ah, ist doch mal lang schlafen! Was denn da? Oh, was ist denn da? Oh, hier sehen wir nur ein paar! Oh, hier sehen wir nur ein paar! Die haben Angst vor mir, guck mal! Oder vor dir, weil du so ein bisschen... Bisschen anders bist als die anderen! Kaum! Geh da hoch? Ja, lass mich doch das Dings mitnehmen! Achso, ja, ich... Achso, oh, stimmt! Ich achte da, da wohin! Ja, nicht schlimm, ich mach da schon! Ich will die eh immer einsammeln! Na dann! Jo, ich glaub hier lang! Aber... Mach ihn von mir Ja, schurchtel, Alter! Hier ist ein bisschen Blut! Das sind aber... Das sind Füße von einem... Du Midumi, Dumi, Dumi! NackAt.. Umih, du Dumi, du Dumi... Ja, hab's doch nicht so 그냥 dafür du... Ja, guck die Schwanzleiter, Alter! Schwanzleiter? Boah, je... Alter, wir sind Mediamarkt angebrochen, Digga. Lass mal ein paar mitnehmen, ey. Ja, aber da hab ich auch wieder so... Ja, wenn hier schon keiner ist, ey. Ey, die sagen immer so... Nehmen wir runter. Komm, warte, wir versuchen, uns hier Fernseher zu bringen. Oh! Oh mein Gott. Ey, du sollst dich nicht kaputt machen. Wo bist du? Alter! Alter, als würde er direkt hinter dir sein, diese Arschlöcher von... Guck mal, ich mach dich kaputt. Du kannst so nicht lang. Zum Glück sind wir zu zweit. Hab ich ein Messer? Ey, hast du den Molucken gerade da gesehen? Was? Den Molucken, der da gesprungen ist. Ne, oh, meine Fresse, Alter. Und dann... Alter, ist das ein... Lass rennen, hier hat kein... Oh, man, Alter! Es sind doch nur Molucken. Seelenband. Ah, hier passiert eh nichts. Das sind immer diese Level. Es ist immer so, dass nichts passiert. Wir werden gejagt. Wir werden nicht gejagt. Das ist Quatsch. Hier ist rein zu verheiratet, immer so ein Loch im Zaun. So was, wie kommt das? BOMB! Ich sag dir, sonst passiert nichts. Hier haben wir wohl, ne? Oh ja, gute Idee. Andere Spieler warten. Oh mein, jetzt komm ich zu weg. Hier ist jetzt... Oh mein, warum gehen wir auch hier runter? Final round. Wo steht denn das? Wahrscheinlich müssen... Also nicht, ob ich... Hier ist ein Exit. Komm her, mach mal weg. Geht nicht. Du kannst doch wegziehen oder so. Nein, das geht nur mit Menschen irgendwie. Das war ich. Oh, ja, die machen nichts. Nein, die machen nichts. Nee, die machen nichts. Ich schlage jetzt nur K.O. Oh Mann, so. Hilfe! Ja, muss nicht wieder um mich kümmern, ne? Ich zeig... Ja, siehst du, wir müssen da lang. Sauber, Junge. Tja, die hab ich wohl gefinisht. Oder hat's nie bekommen? Keine Ahnung. Wir beide einfach. Okay, ist blöd. Das... Das soll ich nicht auf mir sitzen. Ich find das voll witzig, dass bei dir auch Zeit über wird. Ja, ist... Ja, wir sind doch zusammen, Marcel. Ja klar, aber kann ja sein, dass bei dir... Da? Geh lang, hallo. Oh, sorry. Du hast recht, gut gemacht. Geh lang, geh lang. Das war Zufall, dass wir auch mal nachgucken. Okay. Weil manchmal liegen halt für mich noch irgendwelche Granaten oder so da. Mhm. Ja, war da grad nur... Das wird dann hier Special Raum sein. Weil das Zufallsöffnung ist. Ey, komm her! Da ist grad irgendwas passiert. Mhm. Zugriff. Was ist das denn? Hast du das auch gesehen? Soll ich wieder einen Penis machen? Guck mal, ob die Tür da aufgeht. Aber siehst du zum Beispiel hier jetzt, wie ich gesagt hab, äh, halt Waffen so, ne? Da ist ein Penis. An der Wand. Alter! Geil! Lauter Granaten, Mann. Schieb dich da rein. Guck mal, guck mal, guck mal. Hä? Jetzt wird... Jetzt wird gefickt, würde ich sagen, ne? Wie heißen die Dinger noch? Hier. Äh, Akimbo. Akimbo, genau. Ja, jetzt wird hier halt, ne? Du weißt... Du weißt... Du weißt, komm mit. Ähm, jetzt wird hier... ...Ghetto, ghetto-Style mäßig so... ...gefickt. Ich muss die Hände jetzt so ein bisschen quälen. Meinst du eigentlich Elektro-Ghetto, oder? Elektro... ...Schwuchtel, Alter. Ey, hier steht er bestimmt auch aus. Hast du dich umkümmert? Nee, hast du nicht. Oh. Der lebt ja immer noch, Alter. Achso. Alter, 100... 100 Präzision. Nervt bei dir, Bruder. Willst du mal mitkommen? Meiser Schwule, ja, ich bin da. Äh. Boah. Komm, wir mal mit. Da ist ein Messer. Ja, da. Sorry. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, nee, das ist los. Vielleicht kommen die von da, Alter. Ja, können überall aus diesen Scheißdingern rauskommen, eigentlich hier. Kühltruhe, oder was ist das? Keine Ahnung. Alter, die wollten sich hier schon wirklich machen. Ey, du... Alter, wenn jetzt Zeitlupe ist, dann will ich aber hier... Hat schon zu tragen. Warte mal nicht an der Zeitlupe. Das bin ich nicht. Wie, nein. Das bin ich nicht, das ist vom Spiel so. Das bin ich. Das bin ich. Ja, verschwind das doch nicht. Das hält sich ja auch. Ja, aber vielleicht brauchen wir das dann. Und dass man wieder nicht auf... Noch nicht wieder aufgeladen ist, oder so. Ist einfach so okay, dass ich die so stoppen kann. Nichts tun können, dass ich die einfach zerbersten kann. Sauber. Kannst die so auseinanderreißen währenddessen, oder? Achtung, neben dir. Nee, aber ich kann den hochheben und in der Zeit kann er nichts machen. Hilfe. Okay. Hey, komm mal her. Guck mal, ich nehme jetzt deinen Körper an. Warte, pass auf. Äh, wie geht das noch so? Drückst du an Y währenddessen? Und jetzt ist das Splatter. Ich bin wieder. Patz. Warum? Behalt den doch. Die checken das doch nicht, wenn die es nicht gesehen haben. Meinst du? Hast du doch gesagt. Ja, aber irgendwie, ich glaube doch. Ich weiß, dass die müssen jetzt nicht genug. Kümmer dich mal um den einen, bitte. Ich kümmer mich um den. Ich habe keine Munition mehr. Ich kümmer mich um den Kommandor. Warte mal. Wenn mein Ding ja war, ich habe mich anlassen in der Session schon irgendwann mal gesagt, wenn ich weggeballert werde. Nein, wenn ich, wenn ich explodiert quasi, also wenn ich tot bin. Ja, in dem drin oder was? Mit einem dünnen. Dann explodiert das Ding und ich gehe ja wieder in meine normale Form zurück. Weißt du? Ja. Das Gute ist dann, so habe ich Schutz halt zusätzlich. Das ist so, wie geht ja, als wenn ich eine Schutzwiste anbasse. Jo, nicht. Hey, komm her. Du musst nochmal vorgehen, denk dran. Du nimmst auf. Wir sind jetzt das Licht angegangen. Und aus und keine Ahnung und ach so. Nee, bei mir ist es immer so. Es wird dunkel kurz, bevor ich mich wieder auflöse. Weil das hält ja nicht ewig. Ich brauche Munition, Digga. Hey, hat der Seelenband? Aber du kannst nicht in Leichen rein. Ah, hier. Ey, hat der ICQ oder so? Spaß. Ja, das sieht doch gut aus. Schrott-PC, Schrott-Drücker. Aufstieg. Du auch? Verstoßener, Munition verbessert. Ist nicht so ein Aufstieg. Einmaler 10 pro Waffe mehr. Das hält mir. Oh, I can't hear you. Ich kann ja nichts aufsteigen. Ich kann ja eh keine Waffen tragen. Ja, du kannst ja wohl im Level aufsteigen. Oh, keine Ahnung, ne? Wie? Ja, ich weiß es nicht. Kann sein. Ja, ich merke gerade die Tür. Die Tür kann dann auch steigen im Level auf. Stimmt. Oh, naja. Geht das überhaupt? Nö. Ey, lass mich durch. Hallo? Kannst du nicht außen? Ey, ein Kinderbuch!